Hallo, hi Elena, hi everyone. Hallo Rocco, hallo alle. Wir kommen mit total geilen Neuigkeiten und zwar so günstig wirst du wieder, aber nicht umsonst. Wir machen vier Wochen lang Energy Pulse für nur zehn Euro, jeden Morgen unter der Wache um sieben Uhr. Wie geil kann dein Leben werden, wenn du so in den Tag startest. So, I just did a quick... I got it. Got it, got it? Ja. So, und damit ihr auch wisst, wer das macht, erzählt euch Rocco jetzt ein bisschen was darüber. So, let people know who and what are doing this, so you tell them a little bit of how you do and yeah. Yeah, I mean, usually people ask like, why is it acoustic? What does it mean? Normalerweise fragen die Leute, warum es akustisch ist, was bedeutet das? And we connect to the space of the infinite being who we are as acoustic wave is the nature of that, the quality of that. Und wir verbinden uns mit der akustischen Welle als Wesen, die wir wirklich sind als Wesen. And we pull the energy from that space of infinite possibilities. Und wir ziehen die Möglichkeiten aus diesem Raum der unendlichen Möglichkeiten. Like, what contribution it can be to everyone if they connect to their business and financial reality from this special space. Really, what magic and surprise it can be for everyone with their business and financial reality. Yeah, that's for four weeks, so it's really a game changer for everyone. It's not just one week or two weeks, it's four weeks, one month. Ja, und es sind vier Wochen. Es ist nicht eine Woche oder zwei Wochen, sondern es ist ein ganzer Monat. Vier Wochen. Und ihr wisst ja, es braucht 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu installieren. So you need 21 days to get a new habit into it. But that's even longer, right? Aber das ist jetzt nochmal vier Wochen. Das ist sogar noch länger. Ein ganzer Monat. Und was kann sich verändern, wenn du jeden Tag Energie ziehst aus diesem Raum heraus und Geld in dein Leben ziehst? So what can change if you pull energy for a month? We will have, like, recorded, so people have the recordings and they can listen back. Ja, und wir nehmen auch die Audios auf. Das heißt, ihr könnt euch das jedes Mal wieder anhören. Also, you know, this is in the morning, so this is how you start your day and what can that add to your whole day about money? Ja, und du fängst damit deinen Tag an. Und wie sehr kann das den ganzen Tag verändern mit Geld, wenn du damit anfängst, dein Morgen? Ja, yeah, what if you can start to become a routine for yourself, like a good habit? Was, wenn es eine gute Routine, ein guter Start in den Morgen werden kann für dich, wenn du das jeden Tag machst? Und ja, wenn man jemanden hat, der einen anleitet, ist das natürlich viel cooler. And if you have somebody who is, like, guiding you as Rocko is, and then it's even better. Thank you. And, you know, what is the investment that you are willing to do and what your business would require from you? Are you willing to invest into your future? Ja, und was ist das Investment, das du bereit bist für dein Leben zu haben und für deine Zukunft zu haben? Und wir sprechen hier nicht nur über Geld, was bist du bereit zu tun? Also, du musst halt auch jeden Morgen aufstehen und das machen. So, you have to stand up and do the energy pull with us. Of course, you can skip one day, but never skip two days. Aber lass niemals zwei Tage aus. So, are you committed to yourself and your future? Ja, stehst du hinter dir selber und die Zukunft, die du für dich haben möchtest? Eine andere Zukunft als jetzt. So, are you committed to yourself and having a bright future? So, we put the registration link here below and people can join, sign up and we start Monday morning. Genau. Und wir machen die Anmeldung unten rein und wir fangen am Montagmorgen an. Um sieben. Danke. Thank you. Danke. Danke. Bye-bye. Bye. Tschüss.